Der SWR 4 Baden-Württemberg, Veranstaltungstipp aus dem Studio Freiburg. Lieben Sie besondere Musik? Dann sind Sie bei uns richtig, am Freitag, dem 19. Mai, bei einem Abend mit musikalischen Geschichten aus Orient und Oktzident. Virtuos, romantisch und gefühlvoll mit dem syrischen Weltklasse-Musiker Mohamed Fityan, eine Meister der arabischen Flöten Ney und Kavala. Das Oriental Jazz-Quartett Fityan, zu Gast im SWR-Studio Freiburg am Freitag, dem 19. Mai, um 20 Uhr. Karten gibt's beim BZ-Kartenservice und im Internet unter reservix.de Wir freuen uns auf Sie. Nochmal nachhören unter swr4.de-südbaden Ich bin wovend altijd mit einem Kleinen und tonal schrieb. актив HAS치가 in W including den GLOCKK fitnessen clips E19-B Given gering und Options Degang. lengths gdzie außerhalb von dem 19. Mai, um 20. Mai, um 20. Mai, um 20. Mai, um 20. Mai, um 25. Mai, um 20. Mai. Untertitelung des ZDF, 2020